Hallo und herzlich willkommen bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute geht es wieder zur Firma Pico mit einer Neuheit, die jetzt vor kurzem erschienen ist und zwar eine wunderschöne Dampflok der Deutschen Reichsbahn, die Baureihe 83.10. Dieses Prachtexemplar haben wir jetzt hier für euch heute im Video. Das werden wir uns natürlich im Detail anschauen. Vorab erst einmal der Fahrplan fürs heutige Video. Natürlich starten wir wie immer an der ersten Station mit den Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter zur zweiten Station, wo wir uns dieses wunderschöne Modell in 1.87 ganz genau anschauen. Wir haben wieder das Soundmodell, sprich mit Sounddecoder ab Werk und da gehen wir raus in die freie Wildbahn, schauen uns die Fahreigenschaften an, schauen uns die ganzen digitalen Funktionen an und natürlich das Wichtigste, den Sound, den hören wir uns auch an. Und zum Schluss kommt dann mein Schlusswort und natürlich das Wichtigste für euch, die Artikelnummern. Also der Fahrplan steht, verlieren wir keine Zeit und legen los. Viel Spaß. Starten wir also nun mit der ersten Station, den Informationen zum großen Vorbild. Ja, unsere kleine Lokomotive hier der Baureihe 83 war leider nur eine relativ kleine Serie bei der Deutschen Reichsbahn mit nur leider 27 Exemplaren. Ja, hat es die Lok leider nicht sehr weit gebracht. Es sind heute auch leider gar keine Exemplare mehr vorhanden und somit ja eigentlich sehr schade, wie ich finde, für diese doch sehr interessante und kraftvolle Lok. Denn die Baureihe 83.10 war eine Neubaulok der Deutschen Reichsbahn, also sie wurde komplett neu konstruiert und wurde in den Jahren 1955 und 1956 in Dienst gestellt. Vorgesehen war sie für den Einsatz auf Nebenstrecken, wo für 60 kmh Höchstgeschwindigkeit ein Zylinderdurchmesser von 500 mm und ein Treibraddurchmesser von 1250 mm ausreichend waren. Für die damaligen Verhältnisse wirklich recht kleindimensioniert, aber für den Nebenbahneinsatz völlig ausreichend. Laufrad und erste Kuppelachse waren zu einem Kraushelmholz-Lenkgestell zusammengefasst, also sprich hier vorne die Konstruktion und die Konstruktion der Baureihe 83.10 entstand zusammen mit der Baureihe 65.10. Die Loks erhielten Heißdampfregler, Mischvorwärmer, dezentrale Sandkästen und Blechrahmen. Die Maschinen konnten in der Ebene mit einer Geschwindigkeit von 60 kmh eine Last von 1000 Tonnen ziehen. Gefordert waren zur damaligen Zeit lediglich 650 Tonnen. Nach der Auslieferung der ersten Lok im Jahre 1955 wurde diese Maschine umgehend in die VESM nach Halle geschickt und dort erprobt. Und VESM, das ist die Abkürzung für Versuchs- und Entwicklungsstelle Maschinenwirtschaft. Und die, wie gesagt, war in Halle. Bei diversen Tests ergaben sich zahlreiche Mängel, die bei der laufenden Serienlieferung aufgrund des eklatanten Lok- und Tiefmangels damals bei der Deutschen Reichsbahn allerdings nicht mehr berücksichtigt wurden. Also hieß, die Loks wurden ausgeliefert, obwohl man wusste, dass sie enorme Probleme an einigen Bauteilen hatte. Einige dieser Probleme konnten im Zuge von diversen Nachbesserungen im Betrieb dann beseitigt werden. Die Baureihe konnte aber leider nie so wirklich richtig überzeugen und wurde wegen der sich abzeichnenden Umstellung auf Dieselbetrieb auch nur mit 27 Exemplaren, wie ja eben schon gesagt, gebaut. Allerdings auf der Erzgebirgsstrecke bewährte sie sich dagegen im Reisezugverkehr sehr gut. Auch die großen Vorräte wurden als günstig beurteilt. Von August 1969 bis August 1970 waren fünf dieser wunderschönen Maschinen dann im BW Aue beheimatet, die auf der Strecke Zwickau Johannes-Georgenstadt eingesetzt wurden. Ab 1968 waren 15 Lokomotiven der Baureihe alle noch überwiegend einsatzfähig im BW Saalfeld beheimatet. Dort wurden sie dann aber leider 1972 abgestellt und 1974 wurden mit der 83-10-08, 10-12, 10-24 und 10-25 die letzten Maschinen dieser Baureihe ausgemustert. Ja und wie angangs unseres Videos hier auch schon gesagt, von der Baureihe 83 hier gibt es leider keine Exemplare, die bis heute überlebt haben. Und somit endete dann auch die Ära der Baureihe 83. Und hiermit enden auch unsere Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Und wir machen weiter in unserem Fahrplan. Und wir machen zwar die Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Am Schornstein nochmal so ein extra Kunststoffteil, was hier oben auf den Schornstein draufgesetzt wird für den Transport. Also hier drin ist die Lok wirklich sicher drin verpackt. Außerdem bringt die Lok mit ein wirklich sehr übersichtliches kleines Zurüstbeutelchen. Das ist im Prinzip nur relevant, wenn man zum Beispiel eine Seite zurüsten möchte. Sprich, wenn man die Kupplung wegnimmt und dann halt die langen Bremsschläuche dransetzt, die Zukupplung, die Dampfheizung und und und, auch alles schön farblich im Übrigen, dann kann man dieses Zurüstbeutelchen verwenden. Ansonsten ist die Lok schon so komplett zugerüstet für den Betrieb. Super hergerichtet. Außerdem natürlich auch wieder etwas zu lesen in, finde ich auch sehr schön gemacht, das steckt immer hier hinten drin, das kann man sich dann rausnehmen, so ein kleines Kunststoffschächtelchen, worin alle Papiere drin enthalten sind. Wir haben hier einmal die normale Betriebsanleitung, worin nochmal drin beschrieben ist, wie man die Lok zum Beispiel auseinanderbaut, um zum Beispiel bestimmte Teile zu ölen, wie man zum Beispiel dann auch nochmal hier am Schluss die Haftreifen wechselt und 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 und. Alles hier drin, wie gesagt, erklärt. Dann haben wir ein kleines Heftchen, nochmal, na, geh auf, nochmal zum Sounddecoder auf der Rückseite. Hier unten haben wir auch die Sounds alle aufgelistet. Pico Sound on Board bei unserer Maschine und natürlich hier das Wichtigste, das Ersatzteilblatt, was man dann auch hier wieder aufklappen kann. Sehr übersichtlich, wie ich finde. Hier natürlich mit den ganzen vielen kleinen Teilen. Und hier auf der Rückseite auch dann nochmal die ganzen Sounds, die der Sounddecoder mitliefert. Schauen wir uns das Modell nun hier einmal ganz genau an. Also, ich habe mit dem Modell auch schon einige Runden auf unserer Anlage gedreht. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der Sound ist wirklich sehr kraftvoll. Er ist schön laut, nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Wir haben hier ein Druckgussmodell. Das bedeutet, wir haben hier auch wirklich richtig was in der Hand und man hört hier wirklich, das ist Metall, das ist wirklich kein Kunststoff. Es ist ein Seute-Dampfgenerator ab Werk hier drin verbaut. Ab Werk auch der, wie eben schon gesagt, der Sounddecoder. Wir haben ein Zweilicht-Spitzenlicht und auch Schlusslicht in LED gehalten. Wir haben einen schön ausgestatteten Führerstand. Wir haben Führerstandsbeleuchtung. Wir haben Triebwerksbeleuchtung. Wir haben auch das Flackern im Ofen. Im Ofen wollte ich fast sagen. Wenn man also Kohle schaufelt, dann geht hier praktisch ein Licht an, was dann im Prinzip das Flackern des Feuers simulieren soll. So, jetzt habe ich es. So, und auf der Rückseite, da ist natürlich auch wunderschön hier oben natürlich das Kohlebecken, wo die Kohle dann sich halt drin befindet. Und auch hier hinten die Partie ist auch wunderschön gemacht mit den Leitern, die schön angesetzt sind. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Teile, die jetzt zusätzlich angesetzt sind. Auch hier die ganzen Dachaufbauten, die ganzen Rohrleitungen wirklich sehr, sehr schön und sehr hochwertig gemacht. So, es heißt natürlich Feuerbüchse und nicht Ofen oder Herd. Wir sind schließlich nicht zu Hause in der Küche. So, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Machen wir weiter mit den technischen Stichpunkten dieser wunderschönen Lok. Eingangs erwähnt habe ich es ja schon. Wir haben hier die Gleichstrom-DC-Variante. Wir haben einen kraftvollen Motor verbaut mit großer Schwungmasse. Wir haben hier das komplette Haupttriebwerk angetrieben. Zwei Achsen von diesem Haupttriebwerk sind versehen mit Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Wir haben eine NEM 362er Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik und ab Werk dann auch schon, ihr könnt es hier sehen, Bügelkupplungen verbaut. Möchte man die nicht haben, kann man sie natürlich ganz einfach abziehen und zum Beispiel mit Rocco-Kurzkupplung oder mit Fleischmann-Kurzkupplungen ausstatten. Wir haben ein Zweilichtspitzen- und Schlusslicht auf beiden Seiten, jeweils in LED-Technik. Wir haben einen schön ausgebauten Führerstand. Wir haben eine Führerstandsbeleuchtung und eine Triebwerksbeleuchtung. Ebenfalls natürlich in LED-Technik. Wir haben eine Länge über Puffer von 172 mm, einen mindestbefahrbaren Radius von 422 mm und wir haben eine digitale Schnittstelle NEM 658 Plus 22. Epoche 4, die von 1965 bis 1990 ging. Ja Freunde, und das soll es mit den Stichpunkten hier von unserem wunderschönen Modell gewesen sein. Wir machen weiter im Fahrplan. Und das soll es mit den Stichpunkten hier sein. Und das soll es mit den Stichpunkten hier sein. Und das soll es mit den Stichpunkten hier sein. Und das soll es mit den Stichpunkten hier sein. Sollte die Wälder und die Wälder werden. Die Kälte wird in der Kälte geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018